Was bitteschön ist in Nordkorea los? Warum rasselt dieser Kim Jong-un ständig mit dem Säbel? Und was ist passiert mit der Türkei und Präsident Erdogan? Wieso wollen so viele nicht mal mehr ihren Urlaub dort verbringen? Seit Jahren hört man auch immer wieder vom IS und von den Taliban, die Angst und Schrecken verbreiten. Sind die beiden nicht im Grunde das Gleiche? Beide Gruppen wollen mit äußerster Brutalität einen Staat errichten, in dem nur noch islamisches Recht in extrem strenger Auslegung gilt. Beide Gruppen verstehen sich als Gotteskrieger und beide Gruppen sind in Afghanistan aktiv. Der IS kämpft vor allem im Irak und in Syrien, doch auch in Afghanistan. Trotz ähnlicher Ziele machen die beiden Gruppen keine gemeinsame Sache. Im Gegenteil, die Taliban und der IS sind verfeindet und bekämpfen sich gegenseitig mit extremer Brutalität. In jedem Kapitel werden klar und verständlich die Hintergründe eines der 33 wichtigsten Nachrichtenthemen unserer Zeit beleuchtet. Ob das nun die Euro-Krise ist oder der Brexit, das Freihandelsabkommen TTIP oder der Skandal um manipulierte Abgaswerte beim bis dahin weltweit geachteten Autohersteller Volkswagen, der damit die strengen Abgasnormen in den USA umgehen wollte. Der Autojournalist David Kiley, der ein Buch über VW geschrieben hat, behauptet, dass viele VW-Ingenieure damals schon wussten, dass sie den Clean-Diesel-Motor für die USA unter Einhaltung der Preisvorstellungen nicht schaffen könnten. Aber sie hatten wohl Angst, das zuzugeben. Denn wer seine Ziele bei VW nicht erreichte, konnte schnell seinen Job verlieren, so Kiley. Wenn das stimmt, könnte dieser extreme Druck ein Grund dafür gewesen sein, dass man sich bei VW später dafür entschied, zu schummeln und zu betrügen. Ein Betrug mit schweren Folgen. Dem Konzern drohen Strafen im zweistelligen Milliardenbereich. Ein VW-Manager musste sogar ins Gefängnis. Und auch auf politischer Ebene hat das sogenannte Dieselgate ein deutliches Nachspiel. Verkehrsminister Alexander Dobrindt geriet heftig in die Kritik und bearbeitete den Abgasskandal deshalb in einer Untersuchungskommission. Diese Kommission erreichte zum Beispiel, dass das Kraftfahrtbundesamt VW dazu verpflichtete, alle 2,4 Millionen betroffenen Dieselfahrzeuge in Deutschland zurückzurufen und in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Außerdem soll es in Zukunft strengere und bessere Prüfverfahren für Abgase geben, um zu verhindern, dass sich ein solcher Skandal wiederholt.